So Leute, der Tag ist gekommen, die Auflösung von meinem 100.000 Abonnentengewinnspiel. Ich habe euch ja gebeten, malt mir eine Fanart, schickt mir diese per E-Mail und der Gewinner bekommt meine alte Xbox 360 mit Autogramm und Spielen und alles drum und dran. Mir wurden jetzt einige Bilder eingeschickt. Ich habe extra ein bisschen länger gewartet, um halt möglichst viele Einsendungen zu bekommen und da kam einiges von... Ja, es waren viele Künstler dabei, manche waren nicht so künstlerisch begabt, aber der Wille zählt. Ich habe mir sehr, sehr lange überlegt, wie ich dieses Video am besten gestalten kann. Ob ich jetzt einfach Bild an Bild an Bild nehme, aneinanderreihe und Musik unterlege, finde ich persönlich auch ein bisschen unpersönlich. Ich werde mir jetzt einfach jedes Bild, jede Einsendung angucken und mit meiner Facecam oben. Ihr werdet also meine Reaktion dazu sehen und dann wird am Ende der Gewinner ermittelt. Und ich sage euch jetzt schon mal, es fällt mir verdammt schwer und ich kann auch keinen Gewinner ziehen, deswegen werde ich dann die besten drei Bilder nehmen und aus den besten drei Bildern per Zufallsprinzip den Gewinner ermitteln. Ich glaube, das ist eine faire Art und Weise, oder? Doch bevor wir jetzt mit den ganzen Bildern anfangen, will ich euch auf jeden Fall mal einen Text vorlesen. Ich bekommerte von einem 14-jährigen Zuschauer, der mich schon echt krass berührt hatte, das ist echt. Ich war ein bisschen geflasht davon gewesen. Ich saß dann halt abends irgendwie da und dachte mir so, Alter, wow. Lieber Chris, ich heiße Vala Mimari, bin ein Junge und bin 14 Jahre alt. Logischerweise gehe ich noch zur Schule. In der Schule bin ich teils sehr unmotiviert und gelangweilt, doch das hat sich geändert. Ich kenne dich jetzt erst seit nicht sehr lange und ich war anfangs noch nicht ein riesen Fan von dir, doch von Video zu Video, welches ich gesehen habe, mochte ich dich mehr und mehr. Jedes Mal, wenn ich sehe, dass du ein neues Video hochgelangst, lächle ich. Es ist ein leichtes Lächeln, eine Art Grinsen, Vorfreude auf etwas, was meinen Tag verändern wird. Ich weiß, du bekommst wahrscheinlich täglich dutzende solche Nachrichten und wirst es dir wahrscheinlich auch nicht durchlesen. Aber dennoch schreibe ich weiter. Jeden Morgen vor der Schule gehe ich auf mein Handy, auf YouTube und gucke, ob du was hochgelangt hast. Oftmals sehe ich was und gucke mir die Videos an. Ich muss lächeln, aber es ist was anderes als sonst. Es ist ein Lächeln, was oftmals den ganzen Tag lang anhält. Ein Lächeln, welches mich meine Unmotivität und Langeweile vergessen lässt. Und es durch Zufriedenheit ersetzt. Oft denke ich an Zitate von dir, dich besonders toll fand und muss wieder lachen. All diese Unzufriedenheit, Langeweile, Trägheit und all die Probleme lösen sich durch ein Video. Ich wollte dir dafür Danke sagen. Ich wollte mich bei dir bedanken, dass du meinen Alltag verändert hast. Ich finde es toll, dass du 100.000 Abonnenten hast und wünsche dir, dass du noch viel mehr Abonnenten bekommst. Gestern habe ich das 100.000 Video gesehen und habe mir über Nacht gedacht, was ich dir schreiben könnte. Letztlich ist alles improvisiert. Ich wollte dir etwas zeichnen. Nicht für die Xbox, sondern für dich. Natürlich muss das so kommen und ich bin der Einzige aus der Familie, der nicht zeichnen kann. Ich möchte die Xbox von dir gar nicht haben. Aber es gibt etwas, was ich dir sagen möchte, was ich dir sagen muss. Und das steht auf dem Bild. Danke, bleib so wie du bist, Walu. Als ich das gelesen hatte, war ich echt touched gewesen. Ich war echt beeindruckt. Ich war, weiß ich nicht, ein bisschen emotional, kann man schon so sagen. Das ist der Grund, wieso man auch so gerne YouTube macht. Wenn man sowas bekommt, solche Nachrichten, das motiviert einen ungemeinen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also auch an dich, Walu. Ein großes Dankeschön. Und damit starten wir jetzt einfach mal durch. Das ist das erste Bild von Walu. Jetzt geht's weiter. Das nächste Bild kommt von Dominik. Er hat Reloading in einer Art Graffiti-Style geschrieben. Finde ich auch ziemlich cool. War auch eine der letzten Einsendungen. Ich gehe jetzt von den neuesten Einsendungen zu den ersten Einsendungen. Also in der Reihenfolge, damit ihr Bescheid wisst. Ich hatte damals auch ein bisschen Graffiti gemalt, aber ich konnte es nie. Also das ist schon ziemlich cool. Auf jeden Fall gefällt mir sehr gut. Das Bild hier ist von Sophie. Ich weiß, es ist einfach richtig, richtig krass gezeichnet. Sie hatte mir da auch die ersten Skizzen auf Instagram gezeigt. Sie hat ein Instagram-Profil, wo sie mich verlinkt hatte und hat mir das angeguckt. Ich finde es einfach krass, auch mit dem Schatten und sowas. Also sie hat mit so einer Kohle gezeichnet, kann das sein? Mit so einer Kohle. Finde ich richtig cool. Ich könnte sowas gar nicht. Ich bin, was das angeht, wirklich mega, mega unkreativ und geht gar nicht. Das Bild kommt von Maren. Krümel-Tee, 100k. Ich muss dazu gestehen, ich habe jetzt schon seit zwei Monaten kein Krümel-Tee mehr getrunken. Aber dafür Monster. Vielen Dank dafür. Ich weiß sogar, das Lustige ist, man sieht ja auch immer, von welchen Bildern sie, also welche Bilder sie als Vorlage benutzt haben. Weil das Bild kenne ich. Ich kenne dieses Bild hier. Genau das Bild, was ich als Vorlage benutzt hatte. Das nächste Bild von Simon, er meinte, das Bild hatte er schon seit einigen Jahren rumliegen, hat mir das geschickt. War eigentlich nicht in der Sache, Simon. Eigentlich solltest du ein Bild für mich malen, extra für das Video. Ja gut, was das ein Drache mit mir zu tun hat, weiß ich nicht ganz genau. Übrigens, der Drache hat keine Beine, also keine Füße und das Bild hat mir der Janik gemalt. Ich weiß nicht genau, was mit meinem linken Auge passiert ist, ist ein bisschen zusammengequetscht, aber ich weiß genau, welches Bild du dafür benutzt hast. Kann man auf Instagram übrigens sehen. Was ich ziemlich gut finde, ist mit dem Reloadik Schriftzug, mit diesem L und mit dem D. Das ist eine Art Träger, hier sind wir von einem Tanktop, wo ich keine Tanktop trage. Aber ziemlich cool, coole Idee auf jeden Fall. Und die, die Gesichtsform, die stimmt. Die hast du gut getroffen. Die Augen, naja, kann ich nicht. Die nächsten Bilder, das sind zwei Bilder, die kommen von Nisa Venko, weiß nicht, ob jemand mich auch spricht. Nein, ich wusste, ich wusste, was ich erst mal gesehen hätte, so lachen. Ich finde das so süß gezeichnet, ja. Diese großen Augen, dieser Mund, ein dicker Schmolmund. Richtig süß. Und das zweite Bild, ich guck mal, ob ich das gerade finde, ne. Ja genau, hier. Der übelste große Schädel. Aber das ist lustig, also ich finde es immer lustig gezeichnet, vielen Dank dafür. Es ist immer noch besser, als ich zeichnen könnte, ja. Weil ich keine Person gar nicht zeichnen, von daher. Echt, echt süß gezeichnet. Oder Niki, ich weiß nicht, wie man ihn nennen soll. Ich nenne nicht Niki. Das nächste Bild kommt vom Leon. Wir sind 100.000. Das coole dabei ist, ach, diese Katzenschnute, ach, was ist das? Echt, diese Smilies, ne, diese Katzenschnute, mit dieser, egal. Was ich cool finde, diese Xbox, er hat einfach mal die USA-Flagel drauf gemalt, dieses iLife New York. Und die anderen Sticker, die ich drauf habe. Ich habe auf der Xbox ein paar Sticker drauf. Und man sieht es in dem Video ganz kurz, aber er hat das einfach pausiert und hat einfach das nachgemalt. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Also coole Idee auf jeden Fall. Das nächste Bild kommt von Pauline. Und ich muss hier mal wieder gestehen, alter, krass, das gibt Leute, die können richtig gut zeichnen. Reloadiek, 100.000, herzlichen Glückwunsch. Wie kann man denn so das Gesicht nachmachen, ich verstehe das nicht. Also ich kann es persönlich gar nicht, das ist richtig krass. Ich muss dazu sagen, sie ist gerade mal, wie alt ist sie? 16 Jahre alt, also dafür echt Respekt. Das nächste Bild kommt von Edwin, glaube ich. So heißt der, Reloadiek. Ja, kann man machen. Ist mein Name. Der Stefan hat mir was geschickt. Bester YouTuber Reloadiek. Reloadiek, Shed Reload 115. I love Reloadiek. Den Berliner Fernsehturm. Ja, ziemlich lustig gezeichnet. Vor allem, guck dich mal meine Arme an auf dem Bild. Der hat so richtig, richtig dicke Arme. Das nächste Bild kommt von Mike. Reloadiek, 100.000 Zuschauer, herzlichen Glückwunsch von Mike Gaming. Da ist ein bisschen Schleichwerbung drin, oder? Kann das sein? Guck mal, wo Mike Gaming vorbei. Vielleicht macht er ja Gaming. Auch der Karl hat mir was gemalt. Das kann man nicht ganz... Aber was könnte das sein? Diese 3H heißt es für 3 Stunden? Hast du 3 Stunden dafür gebraucht? Man erkennt relativ wenig, aber ich sage mal Dankeschön. Du hast dir Mühe gegeben. Vielleicht nächstes Mal ein bisschen besser aufdrücken, dass man auch ein bisschen was sieht, aber vielen Dank dafür. Karl. Auch der Tobix hat mir was gemalt. 100.000. Und das sieht ein bisschen aus wie Caillou. Vor dem Kopf vor mir ein bisschen rund, aber ja. Die Linien sind ein bisschen schwach. Also nächstes Mal irgendwie mit einem Filzstift nachmalen oder sowas oder ein bisschen doll aufdrücken. Aber sonst vielen Dank dafür. Cooles, cooles Bild. Der Team-Mode hat so eine Art Mischung aus mir und Ralph Settele gemalt. Oder? Sieht so ein bisschen danach aus. Also ein länglicher Kopf. Die Nase ist wirklich gut getroffen. Basecap auch. Also Basecap ist wirklich sehr gut gemalt, muss ich jetzt zu sagen. Basecap sieht krass aus. Das Bild kommt von Frank. Man sieht hier klar, das ist ein Bild von Chatroulette. Links bin ich zu sehen mit meiner Kappe, rechts ein Random und der Chat. Das nächste Bild kommt von Dino. Chris. Als Strichmännchen, der hat sogar mit Puller eingemalt. Ja, das Strich ein bisschen kurz geraten, aber ansonsten sehr gut getroffen. Also vor allem auch so die Glatze oben. Ich habe ein Haar, habe ich hier anscheinend. 100.000. Wie lange ist das für gebraucht? Locker einen Tag, oder? Das nächste Bild kommt von Helene und hier haben wir wieder ein richtiges Meisterwerk. Wieder richtig gut gezeichnet. Ich finde das einfach beeindruckend. Der hat auch die Nase richtig gut getroffen. So eine Gesichtsform. Mann, ich würde es auch können, ey. Bei mir sieht es immer so ein bisschen scheiße aus. Ich habe einmal ein gutes Bild gemalt, mein Leben. Einmal ein richtig gutes Bild von LeBron James, vom Basketballer in einem gewissen Stil. Also ganz bunt irgendwie. Hängt sogar noch in meiner Schule unten drin, ja. Seit fünf Jahren oder sechs Jahren, ja. Das ist wirklich, da muss ich mich selber mal loben, aber an das kommt es trotzdem nicht ran. Helene, vielen Dank dafür. Richtig gut gezeichnet. Gefällt mir mega. Auch die Lara hat mir was gezeichnet. Das Reloadik 100k. Vielen Dank, Lara. Die Melissa hat sich einfach mal was auf dem Arm gemalt, mal was anderes, ja. Sie geht einen Schritt weiter. Das Reloadik, ja. Und ein Chris mit einem Herz, mega süß. Danke dafür. Ich hoffe, das ist kein Tattoo. Ich hoffe, das ist bis Farbe. Das nächste Bild kommt von Il, ja. Und hier auch mega krasser Stil. Also erst mal, was mir direkt aufgefallen ist, das Reloadik, ja. Mein Logo. Wie krass ist denn das gezeichnet? Das sieht ja teilweise besser aus, als mein echtes Originallogo, ja. Richtig cool. Da oben irgend so ein Mongole. Könnte ich sein, könnte auch ein Affe sein. Weiß nicht genau. Komplett schwarze Augen. Richtig. Demon. Äh, ja. YouTube. Und das Reloadik und ein richtig geil gezeichnet. Also wirklich, das ist so richtig kreativ. Ja, das ist richtig kreativ gezeichnet. Mega cooler Stil auf jeden Fall. Vor allem, dass es meistens immer jung, dieses so raus sein, ja. Il ist jetzt 15, glaube ich, hier, oder? Ja, Il, ja, 15 Jahre alt. Ey, Junge, mega geil gezeichnet. Danke, wirklich, krass. Gefällt mir mega gut. Das nächste Bild kommt von Bruno. Na ja, gut. Ein Bild von mir genommen. Dollarzeichen drüber. Bin ich so geldgeil? Ich glaube nicht. Mach weiter so. Werde ich machen, Bruno. Vielen Dank dafür. Das nächste Bild kommt von Tim. Anstatt Chat, let's chat, Reloadik. Beim Danke fehlt das K. Danke für alles. Herzlichen Glückwunsch. Reloadik wird 100.000 Jahre alt. Hoffe ich mal. Obwohl, will man so alt werden. Er hat sogar das Bild vom Schminkvideo mit reingemalt. Links, oh mein gosh. Das Video musste ich ja leuchten, weil es war mit meiner Ex-Freundin gewesen. Für die Neuen, die da zugekommen sind. Ich hatte damals ein Video gemacht mit einer Freundin, wo sie mich geschminkt hatte. Wollt ihr mal ein Bild sehen? Ich blende es euch mal ein. Er hat es einfach aufgemalt. Richtig geil. Richtig geil. Auch die Carolin hat mich gemalt. Sieht ein bisschen aus wie der Fußballer Ailton. Wenn du weißt, wen ich meine. Und es, hast du meine Augen geschminkt? Die sind ein bisschen geschminkt aus hierunter. Aber ja, cooles Bild auf jeden Fall. Danke dafür. Mal als Profilbild. Das nächste Bild kommt von Berg. Oder soll ich es ja? Ähm, ja. Was haben wir dazu sagen? Reloadik, wir lieben dich. Aber no homo. Mach weiter so. Viel Glück, Chris. Hoffentlich bekommst du irgendwann eine Minute Abos. Drücke dir die Daumen hoch. Du bist mein größtes Vorbild. Also von YouTubern her und so. Eintüpfel mehr Abos, mehr Vlogs. Danke dafür. Mir fehlt die Videokamera. Die will ich mir noch zuregen. Auf jeden Fall die Legia, die jeder hat. Weil ich auch cool sein will. Muss darauf noch ein bisschen sparen. Aber dann habe ich es auch. Und hier noch ein paar, ja, Formate von damals. Happy Wheels, ja, habe ich mal gebracht. COD, stimmt. Daisy, ja. Wir sind eine Community. Wir sind eine Community. Pokémon, Chatea, Seven Days to Die, nie gespielt. Aber ist egal, ist egal. War ein anderer Kanal. League of Legends, ja, habe ich eine Runde mal gespielt. Minecraft damals, ja, vielen Dank dafür. Vom Miles habe ich hier einen neuen Banner bekommen, ja. Sieht zumindest so aus. Ein Reloading-Schriftzug mit ganz vielen Flames und irgendwelchen Explosions und so. Ja, richtig, richtig on fire. Das nächste Bild kommt von der Dunika und hier eins meiner Favoriten. Woran liegt das? Der Stil ist einfach richtig krass, ja, diese Art, dieser Style, mega krass gezeichnet. Auch vom Kopf her und sowas, du bist ein bisschen, ja, abstrakt, keine Ahnung, also nicht ganz realistisch, aber halt vom Stil her mega geil auf jeden Fall. Gefällt mir auch die Augen, richtig gut getroffen. Und dieses Reloading unten, das ist richtig geil. Dieses große A, das ist geschwungen, ne. Das ist so Doppel-A, so Reload und Diag, ne. Das ist ein mega krass. Du, Nika, vielen Dank dafür. Auch so mit diesen, diese schräge Hefterführung, ja, hier drüber auch irgendwelche Noten vom Musikunterricht. Aber das ist irgendwie geil, keine Ahnung, das hat irgendwie voll viel Stil, das ist auf jeden Fall ein Auge für, äh, ja, fürs Design. Der Reni hat mir was gemalt, Reloadic und mein Reloadic Air, 100.000 Abonnenten und Luftballons, vielen Dank dafür, René. Auch der Lady hat mir was gemalt, oh, das sieht aber süß aus. Das Reloadic, er darf nicht fehlen, ja, mein, mein Markenzeichen, das Reloadic Air, die Kappe ist auf, ja, die Augen ein bisschen aneinander geraten, aber ist sehr gut, auf jeden Fall meine Nase, irgendwie dreimal gebrochen. Hier haben wir schon wieder einen Tim, er malt mir mein Avatar, das Reloadic Air, finde ich ziemlich gut getroffen, kommt dem Original schon sehr nah. Das Bild kommt von Marcel, Reloadic und mein Air. Mit dem Air habt ihr es echt, ne. Der mit hat mir ein Bild gemalt, YouTube, Chatroulette. Meine Augen, Alter, was geht denn da ab, übelste Alien. Und mein Mund, okay, hier habe ich so eine Zähne. Sind die so, alle so weit auseinander. Voll die Hasenzähnchen, hatte ich mal, hatte ich nie. Egal, sehr gut gezeichnet, lustig auf jeden Fall. All dieser Kiefer, da kannst du dann mit Nüsse knacken, ja, richtig massiv hier unten. So extrem ist er natürlich auch nicht. Auch der Malte hat mir ein Bild gemalt, mit meinem Reloadic Air im Hintergrund und ich erkenne immer wieder, welches Bild ich als Vorderge benutzt habe, weil ich kenne das Bild, ich kenne es sehr gut auf Instagram. Und da war schon wieder ein Tim, äh, den dritten Tim, diesmal mit Doppel-M. Reloadic, RLD, könnte man es abkürzen auf jeden Fall. 93, er hat sogar mein Geburtsjahr reingepackt, sehr gut, sehr cool dafür. 100k, Chris, das Bild hier von Peter ist wahrscheinlich das realitätsgetreuste, realitätsnäheste Bild, was mir damals geschickt wurde. Ich finde das einfach krass, das ist wie 1 zu 1 aus dem Gesicht geschnitten und das nur mit Bleistift. Mein größten Respekt dafür, wer so was drauf, wer so zeichnen kann, das ist echt krass. Auch der Rick hat mir ein wunderschönes Bild gemalt, das ist ein guter Anschluss an das Bild von Peter. Kommt dem auch, dem Original auch sehr nah, ja, vor allem diese, habe ich hier Falten unter den Augen. Sind wir schon so weit gekommen, dass ich Falten unter den Augen habe, ja. Das nächste Bild kommt von Michael und, äh, ja, die Details, achtet auf die Details, ja, man, man, man sieht meine Hand. Heizung, man Heizungsrohr, man sieht meine Olle dahinten, ja, diese, 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 äh, Lampe, die ich da an der Wand habe. Man sieht mein New York-Bild, man sieht mein Regal oben mit meinen DVDs, ja, und sieht einfach mal aus wie, weiß ich nicht, Soulja Boy oder so, ja, richtig geil. Dieses Kind, was macht ihr mit meinem Kind immer? Das sieht immer so, so massiv aus, ne, aber egal. Äh, lustig gezeichnet auf jeden Fall, richtig lustig gezeichnet, gefällt mir sehr gut. Auch die Vera hat mir was gezeichnet, äh, ha, ha, Glückwunsch Chris, besser YouTuber Vera, richtig nice, 100k und jetzt sind blank oder sie, weiß ich was, ist es ein Mädchen oder ist es ein Junge, ich weiß es nicht. Ist es ja ein Presto aus auf jeden Fall. Gefällt mir, richtig cool. Auch immer was von Chatelet, äh, direkt, so mein Design übernommen, finde ich cool. Das Bild kommt vom Emre. Alter, mein Gesicht wäre so mega faltig hier unten. Aber das Basecup ist sehr gut getroffen. Könnte ich so nicht so malen. Ich habe mich da mal ein bisschen schwer bei so den Sachen. Der Patrick hat mir einen Drachen gemalt, Reloadieck. Was hat ein Drache mit mir genau zu tun? Kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben. Er hat auch ein zweites Bild geschickt, das ist ein... Wolf? Ein Werwolf, oder? Werwolf, habe ich nicht gesehen. Diasmin hat mich wie... Hat mich gemalt wie so ein übelst ein Alien, wie sehe ich denn aus? Warte, fahre, wirst du nicht mehr Augen? Er sieht verrückt aus, Reloadieck, 100.000, Yasmin. Siehst du mich denn so? Sehe ich denn so aus? Aber, ja, es war was anderes. Der Tom hat mich auch gemalt, von den Farben her ziemlich cool. Ja, das Kind, Alter, boah. Hier unten übelst, massive Kind hier. John Patrick hat sich auch sehr viel Mühe gegeben, ein paar Screenshots als Videos benutzt. Und, äh, was ist denn los mit dir? 100.000 Abonnenten, die Blitze, was soll ich damit bedeuten? Dass ich schnell bin? Ein Bild von Marlene und auch ein Megasinst. Das ist so typisches Mädchenbild, ja? Das ist so typisch, wie soll man das beschreiben? Erstmal so vom Zeichenstil, ja? Mit Herzen und so, so übelst du, riesen, cooler Augen. Reloadieck, gefällt mir auch mega gut. Der Dominik hat sich auch ausgetobt. Reloadieck Army, 100.000 Subs on YouTube. Reloadieck, 100.000 Abonnenten, abonniert. Me ist gleich Dominik. Vielen Dank, Dominik. Auch der Mike hat sich nicht lumpen lassen und hat mir ein Bild gemalt. Auch hier wieder, guck mal auf die Details, ja? Das ist einfach mal komplett im Tab gemalt, hier. JetRed, YouTube, Sir, YouTube, 100.000 Abos. JetRed, Deutsch, 100.000 Abos, Herz, Reloadieck. Ersteller Nike, Instagram, MikeNB. Au, sogar Streichwerbung eingebaut. Instagram, MikeNB, C oder MBG. Man weiß es nicht. Mein Mund geht. Das Bild kommt vom Leon. Thank you, 100.000 Reloadieck. Boah, ich sehe aus wie ein kleiner, dicker Junge. Ach so, hier, dicke, cooler Augen. Lustig, gezeichnet, gefällt mir. Ich sage immer, gefällt mir, verdammt. Aber es gefällt mir auch, es gefällt mir auch. Weil jeder hat so seinen eigenen Stil. Jeder malt ein bisschen anders und das ist halt das Lustige daran. Das Bild kommt vom Dr. Vanox. Er hat auch geschehen, man möchte die Xbox gar nicht haben. JetRed, Reloadieck, er. Ja, es ist Reloadieck, welches ich immer. Aber es ist egal, machen viele. Die Annalena hat mir ein Bild gemalt. Oh, wieder richtig süß, voll sweet. Und jetzt über 100.000 Abos. Ja, man kann es mal sehen. Beitritt 23.11.2012. Mit anfangs 0 Abonnenten. Das ist richtig, jetzt haben wir 100.000. Über 100.000 ist das schon. Ich kann es aber noch nicht ganz fassen, aber auf die nächsten 100.000. Er hat leider keinen Namen hingeschrieben, er ist irgendwie F. Holtzschuh. F. Holtzschuh, okay. Mit Kugelschreiber gemalt sieht es aus. Das ist schon nicht schlecht. Ja, auch so den Schatten so ein bisschen. Man erkennt mich. Und das ist mit Kugelschreiber allein, das ist schon eine Leistung. Der Liam Jones hat mir was gemalt. JetRed, Reloadieck und er. Glückwunsch zu deinen 100.000 Abos. Mach weiter so. Ich weiß, das Bild sieht nicht so schön aus, aber ich habe mir trotzdem Mühe gegeben. Dein treuester Abonnent, Liam Jones. Ich finde es süß, wie du das korrigiert hast. Hier die Fehler. Der Alejandro hat mir ein Bild gemalt. It's Reloadieck. Mit dem Reloadieck-er. Und da oben ein E-Mail, das Reloadieck-gmail.com. Damit das nicht vergisst. Der Air-Szene. Reloadieck, ja, das Air hat auch mega gut gezeichnet. Cool. Und da war klar, dass auch meine Lampe aufzeichnet. Meine Lampe, die ist einfach geil. Ich liebe die auch. Die kann man auch nur verkaufen. Das ist so ein einmaliges Ding. Haben wir selber gemacht. Xbox-Werlosung. Und mein Kopf auch mega, also wirklich gut gezeichnet. Ja. Nicht schlecht, der ist auch drauf. Du kannst es. Der Christopher hat mir was gemalt. Best of Reloadieck. Reloadieck, I love you. I love you too, Christopher. Ein Bild von Chris. Für mich. Als hätte ich mir selber ein Bild gemalt. Reloadieck, YouTube Deutschland, 100.000 von Chris für Chris. Alter, ich habe voll die roten Augen. Was ist denn los? Ich weiß, mein Augen ist manchmal ein bisschen rot, aber das liegt daran. Ein Bild von K.O.N.S. oder so. Reloadieck. Ja, sehr kreativ. Auch ein Bild von Instagram genommen. Ja, gut. Das ist schnell gemacht, ne? Um mal teilzunehmen beim Gewinnspiel. Der Lorenz hat was sehr interessantes gemacht. Er hat teils gezeichnet, teils was aus dem Internet rausgenommen. Irgendwelche Bilder. City Ghosts, I love New York, NBA 2K14. Es ist aber ein NBA 2K11 Sticker. Glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Der Jan-Erik hat nicht mal ein Bild gemalt. Das ist okay, muss ich sagen. Okay, Digger, da hättest du ein bisschen Mühe geben können, weil das ist einfach nur ein Bild von Instagram mit einem Filter drüber. Das war's. Damit zu gewinnen wird sehr schwer. Der René hat was gemalt auf einem zerknitterten Papier. Mehr bin ich dir nicht wert. Reloadieck. Chatroulette. Hashtag Reloadieck. Ja, bestimmt irgendwie erst gemalt hat, dann gemerkt die Scheiße aus, hat es zerknittert und gedacht, okay, für Chris reicht es doch. Okay, bei dem dann tue ich mir echt schwer. Arregniert. Was ist denn das für ein Bild? Herzlichen Glückwunsch zu den 100.000 Abonnenten und das Bild sieht komisch aus. Sorry, ja, ein bisschen. Kann leider nicht zeichnen, also sei mir bitte nicht böse und nimm das Bild mit Humor. Ich nehm alles mit Humor. Steht da? Puh, ich. Puh. Ne, PS, ich kann. PS, ich habe keine Paint Skills oder so. Ja, die Zähne sind gut. Meine Zähne sind doch nicht gelb, oder? Die Nase, Alter. Als hab ich da übelst ne Bombe-Rinne bekommen. Ne richtig dicke Bombe in die Nase. Die Zähne, heftig. Ich meine, aus wie von einem, weiß ich, 90-jährigen Opa oder so. Gelbe, kleine Stifte. Das wohl beste Bild, gemalt von einem Herr namens Hanhui Mok. Reloading mit Strichmännchen. Okay. Ja, man erkennt mich zumindest am Cap. Ja, also das ist schon, ähm, hätte ich das Cap weggelassen, hätte man das vielleicht nicht erkannt. Aber mit dem Cap ist es natürlich direkt klar, das bin ich. Nachdem das Video online war, kam es irgendwie nach 5 Minuten kamen schon die ersten Bilder. Das war eins davon. Das war eins davon. Auch der Martin hat mich gemalt. Du bist toll. Ich versuche jetzt mal, diesen Gesicht ausdrückend nachzumachen, okay? Der Fadion Gashi, oder wie heißt der, wenn du das gemalt? Das vor der Aufnahme mit Joy. Ich rauche nicht, Jungs, ich rauche nicht. Mein Gott, es gibt einige Leute, die echt denken, ich nehme Drogen oder so. Reloading gleich, wie gesagt, ich bin Chris. Okay, ich glaube, derjenige, der geraucht hat, bist du in dem Fall, aber danke für dein Bild. Das waren alle Einsendungen, die mir geschickt wurden. Und ich habe jetzt die besten drei Bilder rausgepickt, die mir so am besten gefallen haben. Und bevor jetzt rumgeholt wird, äh, du nimmst ja eh bloß immer den, der am besten malen kann. Nein, ich erachte auch noch auf anderes wie Idee, Kreativität und so. Deswegen ist es jetzt ein bisschen gemischt von den, von den Gewinnern, sage ich jetzt mal. Wir hatten zum einen Dunika mit ihrem wirklich mega geilen Stil. Ich finde das einfach richtig geil gezeichnet. Einfach richtig elegant, wie, keine Ahnung, ich kann das nicht beschreiben. Das ist halt so, der Stil ist einfach der Hammer. Dann haben wir natürlich Peter, ja, der realitätsgetreue, ja, maler. Mega geil, also ich meine, da kann man nichts zu sagen. Guck dir das Bild an, vergiss es mit mir. Das ist schon mega gut. Und dann haben wir zum Schluss noch Vera. Ja, Vera, du hast es auch geschafft. Äh, mit dem Bild, ähm, weil ich die Idee einfach cool finde. Ja, einfach, das ist so mein Chatroulette-Design. Und damit bin ich ja groß geworden. Deswegen ist das einfach eine gute Idee. Auch so mit 100.000 Abonnenten hier und da bleiben können so, das passt einfach, wisst ihr. Das ist natürlich vom, vom, ja, vom Können her, vom Zeichen, äh, Können her, jetzt nicht das krasseste. Aber so von der Idee her, mega cool, deswegen hab ich es einfach genommen. So, dafür habe ich jetzt alle drei Namen aufgeschrieben hier. Hab klein Zettel zusammengeknüllt und das müssen wir jetzt auslosen. Und dafür brauchen wir meinen Kater. Der soll es dann, äh, für mich übernehmen. Mal gucken, ob er Lust dazu hat. Werden wir gleich sehen. Mal gucken. Na bumi? Na dicker? Jo. Oh, jo, dicker Bauch. Dicker Bauch. Das folgende Programm verschiebt sich um eine Stunde. Was wird er nehmen? Die Spannung steigt. Ins unermessliche. Oh, er hat's berührt. Oh, bumi, du hast dir das ausgesucht. Was wird das nur für ein Name sein? Lasst uns einfach reingucken. Du bist auch gespannt, ne? Und auf dem Papier steht der Name. Ah, Peter. Damit hat Peter gewonnen. Mein Kater hat entschieden. Das Schicksal wollte es so. Peter, herzlichen Glückwunsch an dich. Die Xbox werde ich die nächsten Tage zuschicken, wenn ich das passende Paket dafür gefunden habe. Das war's von dem Video. Nochmal ein großes Dankeschön an alle, die teilgenommen haben. An alle, die mir ein Bild geschickt haben. Egal wie gut oder schlecht gezeichnet war. Der Wille zählt. Und deswegen, großes Dankeschön an euch. Ihr könnt ja mal auf Facebook vorbeigucken. Auf meiner Facebookseite werde ich hin und wieder mal so eine Bilder posten, ja. Vielleicht auch euer Bild. Das war's von dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Das Bild hier vom Peter ist wahrscheinlich des Realitäts... Mein Gott. Das Bild vom Peter ist wahrscheinlich des Realitätsgetreu. Mein, ich kann nicht mehr reden. Mein, ich kann nicht mehr reden. Das Bild vom Peter ist wahrscheinlich des Realitätsgetreu.